Justiziar ist ein Beamteter oder Angestellter Rechtsberater. Geschichte Sizilien Im normannischen Königreich Sizilien war der Justiziarius der höchste Provinzialbeamte. Er war insbesondere für die Strafgerichtsbarkeit zuständig. Das Amt wurde von den normannischen Königen um 1140 eingerichtet und bestand bis zur Angliederung an die spanische Krone im 15. Jahrhundert. Im 12. Jahrhundert trat ein Magister Justiziarius im Königreich Sizilien auf der dem königlichen Gerichtshof vorsahs und der, mit Unterstützung von Assistenten, unter anderem alle Fälle entschied, die der Krone vorbehalten waren. Es ist denkbar, dass Titel und Amt aus England übernommen worden waren. England im Königreich England war im 12. und 13. Jahrhundert der Justizia der leitende Minister der englischen Könige, der nicht nur oberster Richter war, sondern auch die Verwaltung leitete und im Falle der Abwesenheit des Königs als Vizekönig fungierte, Schottland. In Schottland waren unter den frühen Königen zwei hohe Beamte, einer für das Gebiet nördlich, der andere für das Gebiet südlich des Forth, die Stellvertreter des Königs in der Rechtsprechung und der Verwaltung. Das Amt wurde im 12. Jahrhundert unter König Alexander I. oder König David I. eingerichtet. Der Titel eines Justizia war dann für zwei oder drei hohe Beamte reserviert. Der oberste, der Justizia of Scotia, hatte die Rechtsprechung nördlich des Forth unter sich. Der Justizia of Lujan und der Justizia of Galloway kümmerten sich um den Süden des Königreichs. Die Rolle des Justizia mündete in die des heutigen Lord Justice General, dem Oberhaupt des High Court of Justiciary und der schottischen Rechtsprechung und Mitglied des königlichen Haushalts. Der Herzog von Agil führt den erblichen Titel eines High Justizia of Agil, mit dem jedoch keinerlei Aufgaben verbunden sind. Aufgaben und Ausbildung in Deutschland Aufgaben Der Justizia beschäftigt sich in Behörden, Verbänden und Unternehmen mit vielfältigen juristischen Sachverhalten. Er berät die In-Anstellende-Einrichtung in allen rechtlichen Fragestellungen und erstellt für sie Rechtsgutachten. Seine Aufgabe ist es, als juristischer Berater rechtliche Probleme im Vorfeld zu erkennen und Lösungen hierfür zu entwickeln und umzusetzen. Ziel dieser vorsorgenden Rechtspflege ist es, Streitigkeiten zu vermeiden. Eine Vertretung des Dienstherrn durch seinen Justizia ist vor Behörden und Untergerichten, wie dem Amtsgericht, Verwaltungsgericht, Finanzgericht, Sozialgericht oder Arbeitsgericht möglich. Vor dem Landgericht und höheren Gerichten muss sich der Dienstherr eines Justizias jedoch durch eine vor dem Gericht postulationsfähige Person, die mit dem Dienstherrn nicht in einem ständigen Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis steht, vertreten lassen. Syndikasch-Anwälten ist es aufgrund des Vertretungsverbots aus 46 ABS 1BRAO berufsrechtlich versagt, für ihren Dienstherrn in ihrer Eigenschaft als Rechtsanwalt vor Gerichten und Schiedsgerichten aufzutreten. Verbeamtete Justiziare einer Behörde, welche Rechtsassessoren sind, sind vor allen Gerichten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, Finanzgerichtsbarkeit und Sozialgerichtsbarkeit postulationsfähig, obgleich sie keine Rechtsanwälte sind, Ausbildung. Für die Tätigkeit als Justiziar wird zumeist ein juristisches Studium mit dem Abschluss als Volljurist und Rechtsassessor vorausgesetzt, zumindest jedoch einen akademischen Abschluss als Diplom-Jurist, Wirtschaftsjurist, Master of Loss oder als Diplom-Rechtspfleger bzw. Diplom-Verwaltungswirt. Soweit der Justiziar jedoch als Syndikus tätig ist, muss er als Rechtsanwalt in einer Rechtsanwaltskammer zugelassen sein. Aus sozialversicherungsrechtlichen Gründen haben Justiziare häufig die Zulassung als Syndikas-Anwälte angestrebt. Wenn sie die Voraussetzungen dafür erfüllen, mit Entscheidungen des BSG vom 3. April 2014 sind diese Vorteile aber aufgehoben worden. Soweit nicht schon Vertrauensschutz in die bisherige Praxis eingetreten ist.